Kannst du nicht mehr Oh schade Kann ich auch gleich da Ich finde es, dass es bei mir Nacht ist Echt? Bei mir ist Tag Ich bin ganz so cool mit dieser Maske Jetzt ist der Tag bei mir Kann ich gleich damit spielen Bei dir sieht man das leider nicht, die Maske Bei mir sieht man die Achso, das ist ja bei mir Dachte deine Ich finde den Zwerg immer noch schön für Emily Warte Doch, vor dir steht der Zwerg Rechts neben Linus Ahja Der guckt Emily auf den Hintern Emily guckt den Zwerg auf den Hintern Wie der Zwerg Emily auf den Hintern guckt Haha Bei mir guckst du Nolan dem Zwerg auf den Hintern Aber die haben anders rumgestanden, oder was? Ja Bei mir standet die aber genauso wie Du sagt das Bei mir oder was? Ja Soll der Glückwunsch sagen von Jasmin Boah, danke Das war eine schöne Hochzeit Jetzt steht Und heute hat Sam Geburtstag, ne? Juuu Juuu Du Siegurke Du Siegurke Ähhhh Gibt es eine Siegurke Und mein Haus ist ausgebaut Juhu Denk dran heute ist der letzte Tag, ne? Wie? Ihr für den Stream Achso Stimmt Oh, dein Haus sieht voll hübsch aus Von außen Muss ich mir gleich mal angucken Wie ihr es aussieht Jetzt wird sie wieder Fünf Folgen einrichten Mindestens Denk an die Tiere Oh, mir fällt grad Oh stimmt, ihr Haus sieht wirklich aus Also schön aus Ob ich Hulk oder Shrek bin, Jasmin Und ich bin einfach ein Goblin Gab es nicht bei Spiderman so einen Gegner, der irgendwie Schalk Ja Du bist ein Schalk, warte Nee, Schalk ist von Fire Emblem Achso, ja, wegen Shrek und Hulk, deswegen Verstehst du? Ja, ja Versuch dir mal entweder witzig zu sein Ja Ja, fliegen und brechen Hast du ins Gewächshaus gedacht? Ich bin grad Ähm Hast du ins Gewächshaus gedacht und bist dabei? Jetzt kannst du es ja auch alleine machen Mach ich auch Ahja, ich hab die Ente nicht gestreichelt Ente, 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 Ente Sag mal ganz Ente, 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 Ente Wir müssen auch noch mal Ich möchte endlich diese Maschine haben Achso, ja, ich geh heute zu Marni Okay, dankeschön Damit du die Tiere melken kannst Du bist in die, du hast die Truhe rausgestellt Ja, schön Ja, hab ich ja gerade noch gesagt oder was? Du bist gar nicht mehr anwesend Ja, da war ich nicht mehr anwesend Nur wenn Sam hat Geburtstag, ne? Ja Ja Ja, er wird bei mir immer noch als fester Freund aufgeführt Ähm Ich erkläre das mal Sebastian Ja, richtig Das ist mir die Frage, ob ich ihm dann jetzt grad mal was schenken soll oder nicht, weil Herzen voll hab ich mit ihm ja Ja, zum Geburtstag kannst du ihm was schenken Aber wenn du ihm Ja, damit der Partner nicht einfach süchtig und du ihm so viel schenkst dann Hm Das scheint bei mir auch immer Hast du wieder dem und dem was geschenkt? Hast du wieder dem und dem was geschenkt? Ich hab die Maschine gekauft, Emily Juhu Die muss einfach reingestellt werden, ne? Ja, und ich glaub du musst den Melkkübel und das andere da rein stellen Aber das hab ich ja im Inventar Weißt du, was ich geholt hab? Das Was brauchst du das? Das hab ich das ja auch geholt Und nein, Jasmin, Schalk ist immer noch ein Charakter aus Fire Emblem Ich hab's reingestellt Aber ich guck jetzt, wie er ein bisschen wieder aussieht Schalk ist blond Äh, Xenoblade Xenoblade, richtig, nicht Fire Emblem Xenoblade Ach, der auch hier in Smash kommt, aha Jep Jetzt geh den Havelier Ja So, was mach ich denn jetzt ab? Ich weiß, was ich jetzt ab Bin ich mal gespannt Worauf Reader in Smash ist Achso Achso Oh Oh Generell bin ich auf Smash echt gespannt Hm Hm Ich räume mal die ganzen Saatgut erzeugen, auch mal ins Gewächshaus Bitte? Ich räume mal die ganzen Saatgut erzeugen, auch mal ins Gewächshaus Mhm Okay Mach das Ja Sam, wo bist du? Und, wo ist dein? Weiß ich nicht Achso Hm Hm Ich dachte du wüsstestest. Wüßt- W-w-wüst... Wieso geht geht's weg? Ich weiß es nicht. Amelie? Amelie ist in einer Bar, glaube ich. Oder war in einer Bar. Ich weiß es nicht, aber auch nicht. Ich weiß nicht, wo der ist. Der ist verschwunden. Sam! Ja. Sam ist, äh, Julia malt. Wie, der muss an seinem Geburtstag arbeiten? Huch! Wie hieß es das denn? Pass hoch. Ihr habt ne Herz-Event mit hier, Gass. Ja, hatte ich auch gerade. Oh, Herz-Event abschabbern. Hallo, hier ist ein Geburtstagskuchen. Alles nur wegen Luau. Was ehrlich ist? Wir sind ja in unserem Geburtstag halt. Jetzt müsste Emily eigentlich noch die, ähm, Totenkopfmaske tragen. Ja. Okay. Ach ja, Pam, sie hat ihre Rechnung seit Wochen nicht bezahlt. Mensch, Pam. Ach, ist das jetzt auch gerade? Ja. Noll, du musst mir helfen. Das ist viel besser. Ich kann da nutzen. Boah, ja doch nicht. Und was sagst du? Äh. Weiß nicht, ich weiß, hab vergessen, was was nochmal war. Ich glaub, du musst deine Rechnung bezahlen ist, glaub ich, ein bisschen pisst. Und bei den knappen Schwierigkeiten weiß ich gar nicht mehr. Dass sie auch pisst. Dass sie so oder so pisst. Ja, so für einen kurzen Moment. Aber dann sagt sie, okay. Dass sie's macht. Okay. Kent. Kent, Kent, Kent. Ich meine, die hat jetzt endlich wieder einen Job dank uns. Ja. Ne? Wir haben mal ihre Rechnung bezahlt. Hat Kent noch offen? Kent? Ja. Warum? Weil der eine Julia-Kohle haben möchte. Ob Kent noch offen hat? Scheiße. Vor 20 Uhr, wie Uhr haben wir denn? Äh, Moment. Kent war doch hier der Schmied, oder nicht? Nein, das ist Clint. Ja. Verdammt, wer war noch mal Kent? Wieso hab ich jetzt noch ne Herz-Event? Was ist denn hier los? Ahhhh. Ich will doch einfach nur ne scheiß Pizza holen. Du musst Emily fragen, sie packt ihr eine. Ich hab jetzt, ich hab jetzt eine mit Elliot. Wirklich? Das fand ich halt ernst. Wer interessiert den denn? Mit wem? Und auch Käse, Mehl und Tomaten, glaub ich. Mit wem hast du ein, ähm, Herz-Event? Elliot. Achso. Wie viel haben wir? 5.10 Uhr. 5.10 Uhr. Okay. Ach, da, Kent. Hier, da. Warte, da. Ja. Kent ist der Vater von Sam, ne? Ja. Ja, ja, ich hab das schon. Ich hab das schon. Ich hab das schon. Auf Pelikan. Stoßen wir an. Eho. Ich hab jetzt nicht halt weder auf meine Gesundheit, weil es ist egoistisch, noch auf sein Untergang, weil es ist nicht nett. Und auf unsere Freundschaft, weil mit dem hab ich gar keine Freundschaft. Jetzt ja besoffen. Schön. Du kommst, ich find's schön, dass du reinkommst und dann kommt der, ich brauch'n Drink. Und ich bin betrunken, yay. Oh, Sam, kannst du mal bitte aufhören zu arbeiten? Wieso? Ich will ihm was schenken. Woblichbar. Den kann man auch was schenken, während der arbeitet, ne? Ja, aber das ist nicht sehr romantisch. Oh. Ich leh mich hier auf die Brücke. Ach, das willst du ihm schenken, alles klar. Ja. Das Amulett? Ja. Warte, 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 warte. Ah, schade. Kannst du ihn nochmal ansprechen? Warte, warte, warte. Wo, wo, wo seid ihr? Auf der Brücke, aber ich kann nicht mehr aufhalten. Verdammt. Dammit. Scheiße. Dad. Ja. Einen rennt weg. Nein, rennt er nicht. Oh. Ich kann ihn nicht ansprechen. De 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 De... Nagelbele... ... Kruo. Jetzt hat er es überheilig Ich finde schön, dass du mit dabei diesen Hut trägst, Emily Welchen Hut? Den pinken Hauerhut Wieso hat mein Pferd mittlerweile wieder den Hut auf? Ich war es nicht Weil ich musste den Hut kaufen Ich dachte, das geht nicht bei anderen Pferden Dachte ich eigentlich auch nicht, weil ich konnte ihm das Ding auch nicht anziehen Emily hackt alles Ja Ich liebe es, wenn Lea im Weg steht Wenn Lea im Weg steht, wieso? Wenn Lea im Weg steht, ja, wenn die halt im Weg steht Achso Lea ist eine notorische Imwegsteherin Ja, so ein bisschen Aber ist das Haus schon so groß? Ja, das ist das Problem daran Und ich brauche noch meinen Keller Ach, verdammt Was denn? Nix Wolltest du meinem Pferd was anderes anziehen? Nein Doch Ich weiß nicht, wie du da drauf kommst Indem ich dich kenne Ups Vielleicht ist es hier gar nicht dein Pferd Vielleicht ist es ja Das ist mein Pferd Ja? Ja Glaub mir Ich weiß, dass es mein Pferd ist Ah, okay, ja Die Masken-Gang Außer Emily Ja, stimmt Emily muss ja auch eine Maske aufziehen Gibt's noch eine andere? Ne Es gibt die Hühner-Maske Es gibt die Kobold-Maske und die Totenkopf-Maske Und das war's dann Schade Sie hat einen Panda-Wut auf Stimmt, den gibt's auch noch Eben ist ein Panda Verspältet der Halloween-Stream Stimmt, ja Dacht schon, werde ich denn da in meinem Bett Aber es ist ja Sebastian Ja, dann werde ich denn da in meinem Bett Du brauchst mal ein Tapeten, so'n Scheiß, ne? Ja, ich hab' noch gar nicht Zeit, ne? Ja, warte Die Frage ist nur, wo ist es? Warte, warte, warte Ja, das sieht doch besser aus Ja, finde ich auch Ja, finde ich auch Und er ist nicht im Bett Und Jetzt gehöre den Maiden hier Ja, 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 um aufzudringen Und jetzt sind wir mit Da Achso, Dankeschön Damit kann ich alles, ne? Und die Lampe? Die Lampe auch, ja Ich bin im Bett Ach krass, man kann die beiden Sachen sogar aufeinander stellen Kann man? Ja Das wusste ich nicht Ich bin im Bett Ja, ja, ja Da wurde jetzt gesagt, ich soll auch schlafen gehen Wenn du nicht das sagst Was soll ich essen? Ja, 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 ja Das war ja der letzte Tag Ach ja, das war ja der letzte Tag Vielen Dank euch beiden Ja, bitteschön Ja Und dann bis nächstes Mal Tschüssi Tschüss Pasta Pasta